Hallo, ich bin der Fachkräfte-Radar. Sie haben Ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und sind wahrscheinlich gerade auf der Suche nach einem neuen Job und wurden von Ihrem Ausbildungsbetrieb eingeladen, sich bei mir zu registrieren. Mit dem Fachkräfte-Radar finden Sie tolle Arbeitgeber in Ihrer Region, die noch dringend gut ausgebildete Fachkräfte suchen. Da Sie sich bereits während Ihrer Ausbildung bewährt und einen guten Eindruck hinterlassen haben, kann ich Ihnen helfen, schneller zu einer neuen Arbeitsstelle zu kommen. Wenn ein Unternehmen Ihr Profil im Fachkräfte-Radar interessant findet, erhalten Sie eine E-Mail mit den nächsten Schritten. Das bedeutet, Sie haben jetzt die einbeinige Chance, sich bei mir zu registrieren. Anschließend kommen Unternehmen mit freien Stellen in Ihrem Ausbildungsberuf aktiv auf Sie zu. Ihr Vorteil? Mit der Empfehlung in den Fachkräfte-Radar sparen Sie sich lästige Bewerbungsverfahren, da Sie von Ihren bereits gezeigten Leistungen profitieren. Melden Sie sich jetzt mit Ihrem exklusiven Empfehlungslink an. Das ist eine E-Mail mit dem Fachkräfte-Radar. Das ist eine E-Mail-A-Gail-A-Gail-A-Gail. Ich sage Ihnen, das ist eine E-Mail-A-Gail-A-Gail-A-Gail-A-Gail-A-Gail. Das ist eine E-Mail-A-Gail-A-Gail-A-Gail.